Herzlich willkommen! Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Sichern Sie sich noch heute diesen kraftvollen Bohrschrauber mit Akku und Ladegerät. Ab jetzt sind Möbel blitzschnell aufgebaut, denn mit diesem Akku-Bohrschrauber aus dem AGT Professional Werkzeugsystem AW18 schrauben Sie unkompliziert, mühelos und schnell und dank Akkubetrieb auch unabhängig von der Steckdose. Mit 19 Drehmomentstufen sowie einer Bohrstufe erledigen Sie schnell alle Bohr- und Schraubarbeiten souverän. Für sicheres und präzises Arbeiten stoppt die Auslaufbremse den Bohrkopf, sobald Sie den Knopf loslassen. Sofort und ohne Nachlauf. Das integrierte LED-Licht ermöglicht Arbeiten auch in dunkleren Ecken. Mit dem Schnellladegerät ist der Wechselakku für Ihren Bohrschrauber in nur einer Stunde einsatzbereit. Dank moderner Lithium-Ionen-Technologie profitieren Sie dabei von dauerhaft kraftvoller Leistung ohne Memory-Effekt. Mit diesem Bohrschrauber-Starter-Kit steigen Sie ein in die Systemwelt von AGT Professional. Sie verwenden den Wechselakku in allen Akku-Werkzeugen aus dem AW18-System. So erledigen Sie Ihre Säg-, Schleif-, Schraub- und Bohrarbeiten nicht nur komfortabel in kabelloser Bewegungsfreiheit, sondern sparen auch Kosten für viele teure Hochleistungs-Akkus und deren Ladegeräte. Profis arbeiten mit Systemen. Diesen und viele weitere spannende Artikel finden Sie auch bei Pearl TV. Sie empfangen uns über Satellit, in vielen deutschen Kabelnetzen und im Internet unter www.pearl.tv. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann klicken Sie doch jetzt hier unten auf Abonnieren.